Tja, damit habe ich gerechnet, du Verlierer. Oh nein, 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 nein. Wenn ich jetzt gleich loslaufe, dann grüße. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Der hat Trumpf und jeder andere kann nichts gewinnen. Also wenn man jetzt hier drunter schreibt, oh ich freue mich schon auf den Skin und dann nie wieder am Start ist, hat man natürlich null Chancen. Die Leute, die sich jedes Video reinziehen und eben auch schön kommentieren, haben natürlich die größten Chancen. Und ich spreche ja wirklich von richtigen Kommentaren und nicht von einem High oder sowas, weil, ja, das zeigt mir, dass ihr das Video nicht geschaut habt, wenn ihr einfach nur High schreibt. Nach diesen 10 Tagen wird der Gewinner wieder in einem Video bekannt gegeben. Das ist aber kein extra Gewinnervideo, sondern einfach irgendein Video hier auf dem Kanal. Das passiert meistens in ein bis drei Tagen nach dem Giveaway. Das heißt, man sollte auch nach diesen 10 Tagen dann mindestens nochmal drei Tage lang aktiv sein. Falls man vorhat, danach einfach wieder zu gehen, sollte man halt danach noch kurz aktiv sein und die Videos schauen, dass man mitbekommt, dass man überhaupt was gewonnen hat. Danach startet dann direkt das nächste Giveaway, von daher lohnt es sich wahrscheinlich eh einfach zu bleiben und am Start zu sein. Aktuell haben wir auch noch einen Gutknife-Doppler in FN im Angebot im Livestream-Giveaway. Das heißt, auf Twitch gibt es dieses Knife gerade zu gewinnen für alles und jeden, der eben mit am Start ist. Man braucht einfach nur den Stream zu schauen bzw. anzuhaben. Dann sammelt man automatisch unsere Stream-Währung, das sind die Bubble-Dollar. Und mit diesen Bubble-Dollern kann man dann an drei Terminen einfach für dieses Knife reinentern, also seinen Namen in den Bot hineinschreiben lassen. Und schon hat man die Möglichkeit, dieses Teil zu gewinnen. Alles und jeder, man muss kein Abonnent sein, man muss noch nicht mal Follower sein, da kann jeder reinhasseln. Die einzige Hürde, die man eben nehmen muss, ist, dass man den Stream halt schaut. Am besten noch, bis das Giveaway startet. Ich glaube, da haben wir gesagt, am 15. oder 13. diesen Monat ist der Tag, bis zu dem man die Bubble-Dollar gesammelt haben muss. Und dann gibt es eben drei Termine, bei denen man reinentern kann. Also das lohnt sich natürlich, ja. Livestreams sind jeden Dienstag und jeden Donnerstag ab 18 Uhr und jeden Freitag ab 22 Uhr. Schaut mal rein. Falls es noch Fragen gibt, erwarte ich euch einfach in den Kommentaren. Ihr wisst ja, ich lese und vor allem antworte auf jeden Kommentar, der unter meinen Videos gehasselt wird. Hinsichtlich des Aktivitätstests habe ich mir heute überlegt, dass ihr einfach in euren Kommentar, den ihr vielleicht schon geschrieben habt, den könnt ihr wieder bearbeiten, das Wort Knife rein. Schreibt aber mit AI, also Kneif, ja. Anstatt dem I hier oben, macht ihr noch ein A vor das I, nach dem N, ja. Macht das aber so, dass man es nicht entdeckt. Also schreibt nicht einfach nur Knife, sondern baut es in irgendeinen Satz ein oder in euren Satz, der halt da drin steht, okay. So sehe ich, wer auch schön alles immer bis zum Ende schaut. Also sprich, wer verdient hat, überhaupt zu gewinnen. Versteht ihr mich? Sehr schön. Wir sehen uns dann morgen im Video, beziehungsweise morgen Abend im Livestream. Haut rein, ciao, ciao.